Herzlich willkommen zum Einführungs-Tutorium für die Software IdaEyes in der Version 4.8 mit dem Service Pack 2. In diesem Video wollen wir uns nun noch zwei weitere Möglichkeiten Berichte zu erstellen genauer anschauen. Als erstes der mehrzonige Bericht. Dazu klicken wir im Reiter Zusammenfassung oben rechts auf mehrere Zonen. In diesem Fenster haben wir nun die Möglichkeit nach verschiedenen Kriterien zu filtern. Beispielsweise Fassade oder Fußbotenhöhe. Wir wählen für unser Beispiel aber Zonennamen aus. Hier können wir nun die gewünschten Zonen Office 1 und 2 sowie das Big Office für einen Bericht auswählen. Dazu klicken wir bei gedrückter Steuerungstaste die entsprechenden Zonen an. Ausgewählte Zonen werden dabei blau hinterlegt. Mit einem Klick auf OK wird der definierte Bericht generiert und angezeigt. Es handelt sich hierbei lediglich um die Aufsummierung der einzelnen Teilergebnisse der Zonen. Ein weiterer, etwas besonderer Bericht ist der Vergleichsbericht. Er ist an der gleichen Stelle im Reiter Zusammenfassung wie der mehrzonige Bericht zu finden. Hier können nun mehrere Modelle vergleichend als Bericht dargestellt werden. Dazu kann man einfach zwei Modelle hinzufügen und die Ergebnisse leicht miteinander vergleichen. Hier haben wir einmal unser normales Beispielmodell und zum anderen das gleiche Modell, aber diesmal mit einem Warmwasserverbrauch von 300 Liter pro Person und Tag und sehr schlechten Verlustwerten im Verteilungssystem. Ein wichtiger Hinweis, im Bericht können nur die ersten neun Stellen des Modellnamens angezeigt werden. Aus diesem Grund können möglichst kurze Bezeichnungen sinnvoll sein. Wie wir sehen, gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden zum Vergleich hinzugezogenen Modellen. In diesem Video, dem letzten aus dem Ideais Tutorium, haben wir zwei besondere Möglichkeiten gesehen, Berichte zu erstellen. Zum einen der mehrzonige Bericht und zum anderen der Vergleichsbericht.